Junge, warum denn? Ich bin aber quasi direkt weg, direkt weg. Okay. Von hier, von hier, von hier. Esho 1, 2, 0. Boah, ich habe ja auch damals gesagt, ich möchte meinen PC erst dann erstellen. Aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, ich habe auf alles einen Fick gegeben und habe meinen PC zusammengebaut. Also mein PC ist dieses Jahr das, was sich am meisten bei mir gelohnt hat, Digger. Auf jeden Fall, du. Oh, ich schüttel. Ah, ist der, ich seh den schon. Junge, warum denn? Ah, ist der, ich seh den schon zu verändern. Ich bin aber fast direkt weg, direkt. Auf den. Von hier, von hier, von hier. Das habe ich jetzt, das kann ich ruhig hochfahren, Digger. Ja, also ich würde, ich würde behaupten, so eine gesunde Mischung macht. Oh mein Gott. Ich habe den Hops genommen. Ich habe den so gegeben, Digger. Ich habe jemanden. Oh mein Gott. Durch die engsten Räume, Digger, habe ich gesniped, Digger. Ach du Schande. Nein, ich will nicht sterben. Nein, Digger. Da oben. Jawohl. Jawohl, belebt mich schnell wieder, belebt mich schnell wieder. Ja, bleib'n Ding. Ich wurde wieder abgeknallt. Marion, belebt mich wieder, bleib'n, bleib'n wieder. Ich bin auf unserem Arsch. Sehr schön. Ja, ich gucke gerade. Ich schalte auf, schau, ich schalte auf, schau. Oh mein Gott, du hast meinen Arsch noch gerettet, Digger. Ich habe noch sechs Leben. Warte, ganz kurz. Sehr schön. Oh, Junge, was gibt es für eine spannende Runde gerade. Junge, das war gerade alles richtig eng, Digger. Wie eine Jungfrau, Digger. Ey, ich will die mal diese Schutzschildblasen mitnehmen. Ja, noch zwei Teams. Digger, das sind noch zwei Teams und alle haben ihre... Du, das hast du, ne? Ja, eine goldene. Oh, das ist passiert. Der ist tot, ich habe den. Jungs, wo du mit Jumppad nehm'n, ich den Jumppad. Habt ihr eine Gestrecke rum? Ja, genau, lass hier an den Rand gehen. Ja, da ist jemand, ich seh' da jemanden. Oh, du dumme Bitches weg, Jungen. Ich hab' ihn 132er gedrückt. Okay, der ist weg. Hat der mit einem Medi-Kiss? Okay, der hinterm Baum ist down. Ja, der ist down. Ich hab' ihn 1. Jawoll, Digger. Ja, kein Problem, nirgends. Geile Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht, Digger. Vor allem, Digger, weißt du, was ich geil finde? Ich finde, Runden, wo wir gewinnen, wo es viel Action gab. Und wir kamen aus der engsten Situation durch. Viel geiler als würde, als Runden, die einfach waren. Wir haben gewonnen, so, weißt du. Nur auf Twitch, bei isho120. Neu.